So, hier war wieder ein neues Projekt. Neues Projekt, neuer Abriss. Wir haben hier das Thema, dass hier Kupfer geklaut wurde. Ja, passiert leider immer mehr, dass hier einfach irgendwo, wir sind hier auf dem freien Feld, Kupfer geklaut wird. Und mehr oder weniger professionell. Vielleicht wurden sie auch gestört an die Täter und haben hier noch ein Teil abgerissen. Und den Rest dürfen wir jetzt abreißen, dürfen dann neue Holzschalungen drauf machen, neues Blechdach. Und das machen wir jetzt. Gut, was wir jetzt hier machen, das sind die Stehfalze. Wir werden dann abgeschnitten. Wir haben da so eine Schneidevorrichtung drin an unserem Falschschließer. glösh direction, zottotototat Predevorrichtung. ștent veryarım. derivation.. ..ab November 5� knives etc. Wir werden Vaccinevorrichtung 3 Exigung alles untergewinert. Das sind die globalen Reheuf none, allerdings noch ganz zur Zeit. Gut, und hier der untere Bereich, also wir haben eine ganze Warmdachkonstruktion, wir haben einen Beton, wo das Ganze eingepackt wurde mit einer Dämmung, wir haben eine Dämmung drin, aber das Ganze soll so erhalten bleiben, also im Grunde haben wir eine Neuamdeckung und ja, im Grunde wird nur das Metalldach ausgetauscht und die Trinklage, die wir da auch wieder drauf montieren können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020